Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Tacos Chili con Carne. Tacos Chili con Carne ist ein scharfes mexikanisches Gericht mit einem Fladen aus Maismehl, der mit einer chiliartigen Masse gefüllt wird. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Für den Teig 100 Gramm Mehl 100 Gramm Maisgrieß 1 halber Teelöffel Salz 1 Ei 450 Milliliter Wasser 1 Teelöffel Sonnenblumenöl Für die Füllung Zwiebel Grüne Paprikaschote 200 Gramm Rinderhackfleisch 1 Esslöffel Sonnenblumenöl Paprikapulver Cayenne-Pfeffer Dose 425 Milliliter Kidneybohnen 6 Esslöffel Chili-Soße Magitexicana Salsa 1 100 Gramm Geriebenen Käse 1 100 Gramm Geriebenen Käse, zum Beispiel Cheddar oder Leerdamer Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Pfanne Zubereitung Teig Mehl Mehl, Maisgrease mit Salz und mit Ei verrühren. Nach und nach Wasser zugeben. Sonnenblumenöl zufügen, zu einem dünnen Pfannkuchenteig verarbeiten und 30 Minuten ruhen lassen. Daraus in einer beschichteten Pfanne ohne Öl ca. 8 dünne Maisfladen von ca. 20 cm Durchmesser hellgelb ausbacken und aufeinanderlegen. Füllung Zwiebel pellen, klein schneiden. Paprikaschote waschen, putzen, in kleine Würfel schneiden. Zwiebel- und Rinderhackfleisch in Sonnenblumenöl anbraten, mit Paprikapulver und Cayenne-Pfeffer würzen. Paprikawürfel dazugeben, kurz mitbraten. Kidneybohnen abtropfen lassen und zufügen. Chili-Soße unterrühren. Auf eine Taco-Hälfte 2 Esslöffel Füllung geben. Mit Käse bestreuen und zusammenklappen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Backofen bis 200 Grad Celsius ca. 15 Minuten backen. Als Beilagen eignen sich Kühles Bier Diese Varianten gibt es Mais mit in die Füllung geben. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!